Hey Leute, wir sind jetzt angekommen bei allerbestem Wetter im Kaschkais. Wir freuen uns total, dass alle sicher angekommen sind und bringen uns am ersten Tag eine kleine Runde hier durchs Dorf. Wir zeigen den Leuten hier mal, wo sie noch mal lecker Eis essen können oder einen Vino oder wo sie Geld kriegen oder eine Banane. Und man braucht gar nicht weit gehen, direkt am Hotel gibt es gleich ganz schöne Ecken, wo wir schon fotografieren können. Aber zu Anfang fotografieren wir nur mit dem iPhone. So, ich muss Gas geben an die Wurzeln. Nach einem kleinen Fotobock möchte ich den Süßenort herstellen. Und wenn es lecker ist, machen wir jetzt eine kurze Pause in unserem schönen Hotel Sparja, direkt am Strand. Apropos süß, immer wenn ich hier bin, muss ich zu meinem Lieblingsbäcker und schaut mal, was das hier für Leckereien gibt. Und das brauchen wir auch. Das ist nämlich unsere Reiseverpflegung für gleich. Nach einer kurzen Pause, wie die Sonne schon gesagt hat, geht es nämlich mal ans Wasser und da fotografieren der Wellen und Sonnenuntergang. Wir freuen uns dann auch. Jetzt muss ich erst mal Partizik beginnen. So, Schluss mit Pause. Jetzt geht es wieder los. Wir haben unsere Kameras am Start. unsere Reisetruppe ist hier. Wir sind am Rocker de Inferno. Wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen. Aber schön ist es hier. Rocker de Inferno. Na hier, unser kleiner Rocker. Ja, auf geht's. Fotos machen. Tschüss! ảng